Grüß dich. Und dann, warte. Grüß dich. Hallo. Klappst du? Ja, junger Fuchs. Mittlerweile ist früher jung. Komm. Komm. Hallo. Hallo. Ich würde dich nicht. Das ist gut und dann. Das ist toll. Das ist toll. Ich traue dich nicht. Er weiß nicht ganz genau. Soll er herkommen oder nicht? Ich habe noch nie so einen Fuchs so neu gesehen. Wirklich noch nie. Keine, der sonst beobachtet und der kommt. Wir waren noch hat im Jungen. Ja. 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 Kommt er vielleicht wieder zurück. Komm. Schau. Kommt er vielleicht auch wieder zurück. Ja. Weiß auch nicht. Ich habe leider alles Essen im Bus drin. Ja. 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 Ich glaube, ich habe dann nicht das Fleisch essen. Ich glaube, das gibt es mit einer Karotten. Ja. 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 Aber das kommt so zu einer kommenden Wipze am Hallo zu. Das ist nicht die ersten Wipze, die da nicht passiert haben. Na ja. Aber Pfeifen mag er nicht. Jetzt ist er auch. Da drinnen.